Ne, nicht, nicht. Hallo? Lass mich in Ruhe. Guck mal! Aber hier, der hat schon noch was, was ich eigentlich will. Weg, 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 weg. Nein, 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 nicht. Nicht gehen. Na hier. Hallo? Hallo? Ich weiß, dass du schneller bist. Krieg den Stachel ab. Rrrr! Wieso nicht? Ich will dein Teil. Achso, ich krieg dein Teil schon gar nicht mehr. Ja, und die sind etwas böse. Die haben Elektro am Hintergrund. Nein, nicht schocken. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ja, die schocken beliebig, egal was in die Nähe kommt. Gleich die Fail-Folge. Gleich am Anfang. Bei der Testaufnahme war das alles etwas besser. Nein, 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 nicht. Aua! Ich will euch doch gar nichts tun. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Genauso nein. Nein, 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 nein. Oh, noch mehr schocken. Und noch mehr von meinen Leuten. Nein! Schnell, Drehung! Ah, ha, ha, ha. Das hab ich ja... Da kriegt er einen Stromschock. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Drehung. Nein, nicht, 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 nicht. Alle nicht, bitte. Ich will doch nur spielen. Und meine Ruhe haben. Ah, die Pflanzen werden auch immer epischer und größer. Lass mal was aufessen. Ha, 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 der wird grad verfolgt und kommt nicht weg. Tak, 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 tak. Na, 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 nicht wegschwimmen. Den Rest will ich auch mal essen. Nein! Meins! Ja, Stachel gegen Stachel. Ah, Clam, tot. Ja, Stachel gegen Stachel ist einfach nur bling und dann passiert nichts. Er kriegt keiner Schaden. Okay. Spüre meinen Stachel, Misty. Die müssen es aber auch immer drauf anlegen, oder? Genau, schockt den Großen. Oh, hier ist eine starke Strömung. Meine Güte. Ja, es gibt auch Strömung hier. Und schwer erkennen könnt. Oh, der ist aber groß. Ah, die Großen, die gefallen mir echt nicht hier. Die Großen Schocker. Was essen die denn? Fleisch. Ach da. Schön aufgeladen. Weg von mir. Uh, da ist eine Strömung. Die nehmen wir mit. Ja. Der weite, weite Ozean. Ja. Eine Gegendströmung. Zack. Hau ab. Hau ab. Nein, nicht, 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 nicht. Nö, nö, nö. Stromschock hatte ich heute schon. Der hat noch Gift hinten dran. Schöne Sache. Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, es dauert gerade etwas länger als ich dachte, weil irgendwie finde ich hier kaum pflanzen. Ne, nö, 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 nö. Ne, nö, 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 nö. Ne, wisst doch. Ich will gerade woanders hin. Nicht, aber. Hucks. Kann natürlich nicht zu. Nein, nicht, nicht. Aber. Ach, die wollen hier echt mehr nur Böses. Pump me up. Hui, hui. Wunderschön. So, Ei gelegt. Und wir pimpen uns ein wenig. So. Die Augen weg. Wir sind einäugig, ich hab sofort wieder. Was möchten wir denn noch? Ich frage mich gerade. Mal vielleicht mehr davon nehmen. Oder hiervon noch eins. Guck, zwei, drei Geschwindigkeit. Zwei, drei, zwei, drei. Ich kann natürlich auch eine Düse nehmen. Hm, mehr haben wir nicht. Nee, 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 ihr seid schon dran. Das Auge ist da. Komm, die independen wir jetzt mal um. Zelle zwei. Zack. Also jetzt sind wir auf jeden Fall schneller. Uh, da, da, Pflanze. Jetzt haben wir. Nein, nicht. Na. Ich mach doch gar nichts. Boah, die Strömung ist schlimm. Fleischflösser wollen sich natürlich auch rüberpflanzen, weil da sind dann meistens die Pflanzenfresser dran. Nee, 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 nee. Nee, aber, aber. Einfach mal Stachel raus. Weg, 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 weg. Ach. Perfekt gemeistert, wie ich fand. Irgendwie scheinen hier die Pflanzenfresser auf dem Planeten echt extrematisch zu steigen. Irgendwie hab ich das Gefühl, sie sind mehr Fleischflösser als Pflanzenfresser. Und alles Fresser sind ja sowieso kaum da. Ja, ich würde jetzt am liebsten alles sammeln, aber diese... Au, 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 au. Nicht schon wieder fehlen. Da, da, da. Es. Es. Nee, 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 nee. Es. Weg, weg, weg. Oh, ja, ich bin größer. Schon mal gut. Schon mal ein Vorteil. Ach, guck mal, ist der süß. Ja, komm. Wow, wow, was kam denn aus dem Splitter da raus? Jam, jam, jam. Au, au, au. Wir gehen weg. Die Düse beschleunigt natürlich doch schon gut. Da muss man erstmal mit klarkommen. So. Meine Güte, irgendwie fehle ich grad voll. Also meine Testaufnahme, die ja nur ein bisschen ging. Hey, Kumpane. Ich bin die Rettung der Menschheit. Äh, der Wave Oats Zelle 1, Side 2. Wir sind ja schon weiter. Hau ab. Das hat auf mich verfressen zu wollen. Hau ab. Hau ab. Ja. Hinterlasse euch ein bisschen was. Lalala. Wir haben's doch schon gleich geschafft. Nee, 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 nein, 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 nein. Stachel raus. Dankeschön. Und weg. Speed. Klar. Ach, wie ich das hasse, wenn die Großen einen verfolgen. Oh, direkt pflanzen. Okay. Das war gut. Jetzt bin ich endlich mal wo gespawnt, wo das ein bisschen effektiver ist. Irgendwie hasse ich jetzt die Düse. Nächstes Mal merken. Keine Düse kaufen. Düse, kacke. Sieht irgendwie etwas bepinkelt aus, das Wasser. Aber wir haben ja schon oben gesehen, wir haben ja grünes Wasser. Als normale Wasserfarbe. Da scheint ja sowieso schon irgendwas anders zu sein hier. Wieso bist du schneller als ich? Oh, guck mal. Der hat noch was für uns. Stacheln raus, Stacheln raus. Hinter dem Herr. Was kommt? Ich war... Komm, hinterher. Oh, sieh nicht ab. Nein, nicht, nicht, nicht abhauen. Nicht abhauen, nicht abhauen. Ja, du kannst mich mit deinen großen Augen so angucken, wie du willst. Ja. Wunderschön. Das nehmen wir gleich. Halt, zurück. Rück. Herz. Hallo. Nimm mich. Hasch mich, ich bin der Frühling. Was sammelten wir gerade ein? Nimm mich das letzte Fresswerkzeug. Tada, die Saug... Der Saug... Rüssel. Ah. Kostet ein bisschen mehr. Hatten wir aber gleich beide. So, dann machen wir mal ein bisschen größer. So, was fehlt hier noch? Genau. Der Strom. Den haben wir ja schon oft genug gesehen, aber bis jetzt habe ich mich ja nicht an die Leute herangetraut. Aber jetzt haben wir ein Allesfresser. Jetzt können wir auch Fleisch essen. So, pflanzen. Saugen wir einfach aus. Ah, ne. Meine eigenen Artgenossen sauge ich nicht aus. Das ist für mich einfach. Das hat was mit Ehre zu tun. Aber den kann ich jetzt auch so. Zack. Schau doch mal. Aha. Willkommen. Willkommen. Zack. Ne, ich kann jetzt nur Leute aussaugen. Ich kann das normale ja nicht mehr fressen. Ah, da geht mir schon wieder einer hinterher. Ja, hier. Er könnte mich natürlich auch aussaugen. Nein, nicht genau. Das kann er nämlich auch. Au, wahr. Und hat mich ausgesaugt. Das will ich aber nicht nochmal erleben. Dankeschön. Dankeschön. Ich lasse euch mal da hinten. Hä? Nein. Mein armer Kumpan. Jetzt gib mir doch noch ein Teil. Da. Komm her. Und. Wir haben es geschafft. Wir entwickeln. Hörn. Einmal ein bisschen. Goppe an. Und so. Perfekt. Wir entwickeln uns gleich weiter. Ich sage mir jetzt das letzte Teil nicht. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Wir bleiben trotzdem Pflanzenfresser. Weil. Wir natürlich viel mehr Pflanzen als. Fleischstückchen gefressen haben. Ja. Aus den. Bonis. Also was man isst heraus. Kommt es dann auch drauf an. Dopp. Was man hier. So alles. Erlernt. So. Wir gehen jetzt in die Kreaturenphase. Da bekommen wir das Sirenenlied. Sirenenlied. Was das macht. Zeige ich euch gleich. Denn erstmal. Raus aus dem Wasser. Genug geschwommen. So. Was machen wir denn aus uns. Wir machen uns erstmal ein Stück länger. Dicke Beinchen diesmal. Dicke. Ich will nur ein Bein. Dann hopfe ich. Hüpfe ich. Ne. Ich hasse Hüpfen. Könnten auch ohne Beine laufen. Wäre dann natürlich der evolutionäre Witz. So. Beinchen. Flügelchen bitte nach hinten. Fresswerkzeug bleibt hier vorne. Die Düse. Ach da. Was bringt uns die Düse? Müssen wir mal hier hingucken. Die Düse bringt uns jetzt. Ne. Die Zille bringt uns springen. Ah Düse ist sprinten. Ne. Das behalte ich. Und das. Schleichen. Nö. Ich will nicht schleichen. Spucken. Rammen. Ja. Rammen haben wir noch. Soll da oben hin. Machen wir eine auf Skorpion. Machen wir das noch ein bisschen länger. Und ein bisschen nach unten. Und ein bisschen dünner. Wie gesagt. Man kann hier echt viel machen. Und muss sich nicht an irgendwelchen Vorformen. Also das hier geht wirklich fast. Ich glaube fast alles. Geht hier. Verbündetenruf. Spucken. Nee. Wir gucken mal zur Seite raus. Ja. Man kann zum Beispiel auch die Beinchen so nach hinten machen. Und uns einfach ein bisschen größer. Tja. Wir sind dann. Waverhood. Tier. Eins. Okay. Dann. Auf nach oben. Ja.